Wir sehen uns die Leben von Omar Schukri, die 7 Jahre, die in 5 Minuten sind. Wir beginnen mit dir gleich an, wenn du dich bitte vorstellst. Ja, mein Name ist Omar. Ich bin Toningenieur bei Film und Fernsehen. Free! Und auch Kater in der Post-Produktion. Omar, wir kennen uns. Auf jeden Fall. Ich bin Omar Schukri. Ich bin in Stuttgart. Ich bin in Stuttgart. Ich bin dort in Sverige. Ich bin in Frankfurt. Ich bin in Frankfurt. Ich bin in Hollywood. Ich bin in Hollywood. Ich bin in Hollywood. Ich bin in Hollywood. Ich bin ein paar Eske. Ich bin in Berlin. Ich bin in Deutschland, in Berlin. Ich bin in Berlin. Ich bin bei den 15- lama. Ich habe eine Arbeit bei der deutschenTelevenhemen. Die Telefon effektive. Ich habe ein paar Politiker in den Englanden. Wir produzieren ein paar Filmmen, also ein Filmmen, natürlich, aber keine große Dinge. Für die Filmmen und die Dinge wie in Alemannia. Und von der anderen Seite, weil ich die Bildung gemacht habe, habe ich in die Arbeit gearbeitet. Ich arbeite mit den beiden Filmmen, weil ich immer beide Dinge habe. Ich mache ein bisschen mehr Videos, und die Filmmen in die Filmmen. Und wenn ich mich sehr fahre, bin ich in London gegangen. Natürlich bin ich da, aber ich habe gesagt, dass ich in London gekommen bin. Ich bin hier in Dubai und bin hier in der SAE-Institut für Film und Audio-Produktion. So, work hard, huh? You always have to work hard anywhere in the world. The digital DJ course could be just for you. The new DJ classes are run by Omar, who has spun his records in clubs across Europe as well as in Dubai. I've never heard of a DJ class before. Now, is that just an excuse for everyone to get together and listen to some good music? Well, not really, because I actually came up with the idea once I'm here in Dubai in some kind of an exhibition. I saw the demand here is really tremendous. I always have to do music, which I do is like always you have a mixture between two styles and that's what I always wanted to do. This is El Masri and after all this process, I have just to say I'm very grateful for this experience, which was one of the hardest I ever had. Since the moment is a lot since I'm here, it's not easy. So your turn is real. You just got a lot of time. Then you wait, you need to do music. But you can't do music with it. You can't do music with it. You can't do music with it. I do not know it's a super-raising to the other place. I know it's a super-raising that you can't do music. I can't do music with it. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020